Leif, Enseignante, leif, Enseignante! Nachdem es die Lisein, das Woche hier, die groß abgemacht haben, plange mal nur lesen, die haben zurück in die Grundschulen zu bringen. Auch wenn es kein normaler Entree wird, weil wir haben ein Konzept für Sicherheit ausgeschafft, zu suchen, mit der Santé, für wirklich sicherzustellen, dass alle unsere Enseignanten und alle Schüler so gut wie möglich gesund werden und bleiben. Es wäre richtig, die Schulen für uns zwei Mädels zu machen, aber gerade so richtig, als es los, auch nichts abzumachen. Weil es wäre nicht zu verantworten, wenn es keiner sechs Monate nicht hätte können an die Grundschulen gehen. Auch wenn es nur ein Monat ist, dass wir jetzt an die Schule sind. Wir schaffen mit halben Klassen für die Stanz zwischen den Schülern und den Enseignanten zu garantieren. Die Allermeisten werden mit einem Mundschutz durchlaufen. Dann ist es so, dass die Kinder immer nicht hinwärtswischen. Die Zirkulation an den Gebäuden wird grundlegend verschieden sein, damit die Schüler und die Enseignanten sich nicht unnötig kreizen müssen. Und dann werden wir in allem die Opdehlung an den Leiergruppen, an den Übungsgruppen. In A und in B werden das für eine große Herausforderung gestalten. Und zusammen mit den Gemengen an den Maison Reläuen werden wir dort schäuern. Wir sind optimistisch. Auf der anderen Seite werden wir Männer wie Tauschen von den Älteren, die von der facultative Übungswoche wollen profitieren. Und auf der anderen Seite werden wir aber auch ganz viel Guteleid tun, die sie über die nächste Woche in der Hand aufpacken wollen. Der Preiswert kann auch gut sein, weil sie endlich hier Kollegenäste sind, weil sie nach Hause rauskommen, weil sie auch erst monotonie von nach Hause rauskommen. Und dafür ist es wichtig, dass wir ihnen eine Sicherheit auf der anderen Seite, aber auch ganz viele verschiedene Aktivitäten können und bieten. So ist es wichtig, dass wir an der Schulwoche auch ein abgelackertes Schulprogramm haben, mit allen Guten, die Fächer eben leider außer dem Sport. Und an der Leierwoche auch ganz besonders aufwärtslich mit ihnen schaffen. Selvig natürlich auch an denen, wo wir Betreuung angewiesen haben, ihnen da zu bieten, ob wir zu lohnen müssen, ganzdags verzichten. Nämlich Bewegung, rauszugehen, die Sozialkontakte. Wichtig ist es natürlich dabei auch, die Schuljahr aufzuschleißen, dass die Stadt am Apprentissage an Distanz gelegt wird, dass wir das noch festigen müssen und dass wir die Materie noch einmal behandeln, die eben für einen neuen, guten Start am nächsten September einfach indispensabel sind. Zum Schluss wird noch ein Wort zum Sikel 1, weil es ist wichtig, als Sie zu erstreichen, dass man das Sikel 1 eine große Bedeutung hat für die Präparation von den Schülern, ob sie weiter Schulkarrieren, dass es darum geht, Sprachen kennenzulernen, zu vermitteln, die Kommunikationskompetenzen aufzubauen. Wir haben auch ganz viele andere Präparationen. Und hier muss man gucken, dass man eben ein anderes Sicherheitskonzept hat, was all das erkannt gerecht ist. Und das ist eben nicht Distanz, und das ist nicht der Mundschutz. Hier schaffen wir eine kleine Gruppe. Wir haben auch noch ein paar Bande an die kleine Gruppe mehr familiär können, mit denen zu gehen. An diesen letzten Tagen gab es schon viel geschafft. Auch bei diesen Schulen, Direktionen, Komiteen, Zyklen, alle Anseignen haben versucht, so gut wie meistens die Heimat zu planen, aber es wird noch ein paar Minuten zu präparieren. Wir sind an diesen nächsten Tagen, bis es den 25. Mai, dann nicht abgeht. Ich möchte ein großes Merci auch so für das Engagement am Apprentissage an der Distanz. Und genau auf den Engagement sind wir in den nächsten Wochen auch angewiesen, wenn wir die Schule nicht abmachen, und die Schüler nicht endlich können an unsere Gebäude empfangen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Courage. Und für uns allen bleibt gesund. Und für uns allen bleibt gesund.